Ok, was haben wir da? Protoss, Protoss, Protoss. Protoss, Protoss, Protoss. Ok. Also wenn... Direkt drauf einstellen. Wenn da nicht einer dabei ist, der auf Proton-Kanon setzt... Ja. Ah, der Nico sich was zu knabbern geholt, ja? Mhm. Ah ja. Und nen Kaffee. Und nen Kaffee. So, so. Ne, ich trinke immer noch keinen Kaffee. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So. Ähm, ich hab mir mal von der Zeit gedacht, von wegen hier... Oh, Kaffee, ähm, wirkt nicht mehr. Das bringt nix mehr. Trink doch einfach mal ne Weile keinen. Vielleicht hilft das ja. Aber ich denke mal, da ich exzessiv jetzt Tee stattdessen trinke, bringt das mal gar nix. Du trinkst... Du trinkst schwarzen Tee. Selbstverständlich. Ähm, im Bein ist Koffein drin, gell? Ja, aber Teein hat doch ne andere Molekularstruktur, oder? Äh, ist es im... Der Grundstoff ist derselbe. Also es sind die selben Rezeptoren, ja? Ja. Scheiße. Ja, gut, dann... ...bringt das halt mal nix. Es ist ein bisschen anders eingebettet, das heißt, es wird langsamer freigegeben. Aber der Stoff ist derselbe. Guckt auf eure Eingänge. Ja, ja. Halte den Mund, ey. Nur weil du süchtig nach Kaffee bist, ey. Ich trink grad nen Tee. Ja. Ich hör mal. Ich brönt noch mal. Rezepti. Ich brönt noch mal. Also, ich sag mal übrigens, bei mir kommt keine Kanone. Und wenn, dann werde ich sie sehen. Wird der eine bauten Warp Gate auf jeden Fall? Denk ich auch. Ich guck's nochmal nach, aber... Hä? Ich kann's ja anklicken. Achso, du hast es schon gesehen. Ich dachte, das ist nur von mir. Auch ein Gateway. Und der hat... Nix. Ne, das kann nicht sein. Ah, noch ein Gateway. Ja, keiner mit Dings, ne? Weil nix, das wäre genau der, der gefährlich ist. Hm. Ne, aber sie sind alle brav. Uhu. Keiner schießt uns. Ja, what's up. Ja, ja. Okay, bei mir ist eine Sonde. Die jetzt stirbt. Gut. Ja, aber die wollte gucken. Die will doch noch gucken. Ja. Und dafür stirbt sie. Ja. Noch gucke. Nicht anfassen. Gucke. Gucke. Vi bist schief. Wir brauchen mehr Minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Hm, okay. Spann more over yours! Wir brauchen mehr Minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Nicht genug Energie. Ich gucke! Ich gucke bei dem einen gleich mal rein troppen oder so. Ja. Und zwei Minen seiner Base legen, oder? Gerne. Oh, was passiert bei deiner Echse? Dark Campler? Äh, ja. Dark Campler. Ja, bei mir leider auch gerade. Ja, ich kann scannen, wenn... Ja, ich habe eine Spornkolonie, keine Sorge. So, abgewehrt. Nichts. Hast du? Äh, kann mir jemand was scannen? Ja, warte, warte, warte. Äh, now would be a good time. Ja, drauf! Tobi, bei dir immer noch, oder was? Ne, ne, der waren... Der ist nur weggerannt und ich musste mit meinem schnellen Overseer... Achem. Hinterher. Schön gecheased, ey. Schön gecheased, ey. Aber lieb gut, würde ich sagen. Ja. Ach, hier ampelt einer rum bei mir. Kannst du mal scannen hier bitte? Wo, wo, wo? Direkt beim Inner Base, warte. Sag an. Ähm, ich bin noch nicht mit meinen Aktionvereinheiten. Na, das ist das Problem. Okay, jetzt. Na, du musst noch näher ran. Jetzt. Er folgt bei deinen Thron. Ja, ja. Juck. Schön. Schön. Oh, schon wieder, ey. Fuck. Er hat den Beobachter. Oh, das ist fuck zu tun. Ich hab den Beobachter. Ich muss jetzt nur noch... Oh, ich hab keine... Scheiße, ich hab nichts, was Luft angreifen kann. Ähm, Alfie, kannst du bitte hier nochmal scannen? Ich kann noch einmal scannen. Okay. Ne, dann warst du es schon. Der ist ja schon. Ah, ne, da ist er. We require more Vespa with us. Ach man. Pack Beobachter, ey. Okay. So jetzt... Okay, jetzt muss ich was tun, ey. Das passt schon wieder alles, ne. Ja, so schlimm ist das jetzt ja nicht. Wat? Ich hab nix. Okay. Cool. Wir hatten ja nichts. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Wir hatten ja noch einen sowieso drauf, aber was hat Ja. Der steht noch da. Ah cool. Wir brauchen mehr Vespin-Gas, wir brauchen mehr Vespin-Gas, unsere Alliöser sind in Kampf. Ich dachte schon, wer kommt denn da jetzt an? So, ich hab jetzt auch mal einen Observer und ich observe jetzt mal. Wir brauchen mehr Vespin-Gas. Unsere Alliöser sind in Kampf. Ja. Da sind sie. Jawohl, wir können ihnen den Weg abschmallen, sehr gut. Sie entfallen mir in der Base. So, deine Base ist sauber. Sollen wir mal direkt Gegenangriff starten? Na, wenn dann auf eine Exo oder so, so wie sie es auch machen. Also, ich muss erst Gruppen neu aufbauen. Aber das sollte passen. Die Atomorphos sind komplett. Ankreifen probierst du, oder? Ja, ich muss dir nur in bessere Position bringen. Oh, du? Wieder zurück auf die Anhöhe, oder? Aber verteilt euch nicht. Sie sind in Kornathild. Doppelt. 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 So, ein bisschen Eco-Damage. Das wäre ganz gut. Na, mein Raven. Auf die Rakete zu setzen. So, Ex ist kaputt. Ich denke, wir können wieder zurück. Jo, drauf 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 drauf. Oh? Ja, dann zurück. Komm, das ist kaputt sehr unabhängig. Ach guck mal hier, wollen wir die Exo vielleicht uns holen? Ah, nee, das ist ja der Z. Ja. Ja, zurück. Hier, wir können jetzt hier auf dieser Hauptding. Da oben? Ja, nee, ich werde noch verfolgt, oder? Ah, nee. Ah, wir können auch ganz zurück. Ganz, ganz, ganz zurück. Was passiert da? Ja, das mit meinen Truppen und zurückgehen, habe ich erledigt, weil die sind jetzt da oben. Okay. Bist. Mineralfield, wir sind in Kornathild. Wartung, da kommt wieder was von denen. Ja, richtig. Die kommt zu meiner Echse. Ja. 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 Ach du Scheiße, da kommen sie. Kommen wir da. Kommt ihr? Hm, ja, wir müssen sie einköpfen. Hm, warte, jetzt gar nicht so schlecht. Wir brauchen mehr Vespin Gas. Wir brauchen mehr Vespin Gas. Hör sich. Ihr seht, ich hab eben hier, da und da nachguckt, da ist nichts. Hm? Hm? Wir brauchen mehr Vespin Gas. 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 Niko zurück! Hm? Mineralfeld, depleted. Ja, sehr schön in die Panzer, sehr schön! Ich mach mal ein paar Voidrails Also meine Bodenanheiten sind jetzt am maximal getecht Was passiert da oben? Ich gewinne alles Ja und hier geht auch Vielleicht komm mit meinen Toppen auf, wir fahren noch zu schnell Jetzt haust du ab, sehr gut Habe die Ex leider nicht zerstört Das ärgert mich jetzt ein wenig Mineral field depleted We require more Vespine gas Metamorphosis complete Mineral field depleted So, ich brauch eigentlich noch ne fucking Exe Next to your regular one Next to a regular Exe, ja Oh Ich brauch träning Raketen für überall, ey Mineral field depleted Ja Oh, ich werd angegriffen Mhm Ah, die Team wieder alleine Ich komm, ich komme drauf, drauf Wir sind hinter dem Rauch Zerbest Aber da ist ne Exe, die du mal Ja genau, da wollte ich eigentlich in der Arsch Wollen wir mal gucken? Und da oben, das haben sie auch Achtung, hier sind sie, Nico Ja fuck, schon wieder einen scheiß Raven verloren, ey Und die haben ein Ding, ist ein Koloss Weg ist er Und da oben die Base musste machen, Nico dann Ja ja, warte mal, ich muss hier Ja 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 Ich komm auch nach mit neun gucken, dauert aber leider ein bisschen zurück, zurück Niko, guck mal, warum hast du mich alleine gelassen? Weil ich Weil ich Weil die Exe hier kriegen wir Sehr gut Ich komm Mhm Sehr wichtig Mhm Sehr wichtig Mhm Mhm So Mhm Und ich verliere einfach keine Truppe, ich bin die ganze Zeit schon am Okay Sehr schön, so muss es Ich habe das Our allies are in combat, depleted. Mhm. Mineral field, depleted. Gut. Ach, gelb ist ja auch noch da. Alter, muss das sein. Vielleicht mal schön ein paar in feste Terrans hier reinhauen. Mineral field, depleted. Exzellent. Nix zu beanstanden, würde ich sagen. Ne. Sehr gut. Oh ja, der Graf ist auch recht eindeutig.